ich mache jetzt noch mal ein zweites video für euch hier, wenn ihr so viele moped stehen, hier eine kritzner herkules gt, wir gehen mal hier durch die ultra, die habe ich ja schon mal vorgestellt, auch hier im kanal vonda ss 50, military von walmond aber hier kommt noch ein kleines highlight, alcules prima s sicherheitsmofa 1979 und hier ist ja das museum von christoph, da habe ich ja schon mal ein video von gemacht, mit seinen kritzner spezialitäten